heute ist die verlosung hallo bei nadia horlacher.ch schön bist du mit dabei jetzt geht's los ich darf fünf ziehen aus unserem topf jawohl wo ich da mitgemacht habe eins zwei drei vier fünf das sind mal fünf nummern oder fünf namen die habe ich aus dem facebook da rausgenommen wo ich gemolden habe gewählt hat und so gut wenn das nicht sieht ich hätte ein stativ nehmen sollen da haben wir die alexandra k gerne schicke ich dir ein buch zu ich hoffe es gefällt dir ich brauche einfach dann auch eure postanschrift meldet euch oder ich melde mich bei euch die monika b nachschauen wer wer ist dann haben wir hier die esther w und hier kommt die martina l und hier noch auf dem fünften platz der fünfte glückliche glücklich gewinner die chanett w gut ich schicke euch diese gerne zu und ich hoffe ihr habt spaß dabei wenn nicht ja dann schickt es mir wieder retto dann kann ich es jemand anderem senden ich hoffe dass es euch etwas wirken kann oder dass ich sonst verbesserungen aufnehmen kann ich freue mich okay sieht man sie noch monika jawohl also ihr hört von mir oder meldet euch von mir vielen dank tschüss